große Bauten in den Vergrößerungen, Erneuerungen, Modernisierungen. Jetzt braucht es auch noch die Ärzte dazu. Man spricht immer wieder vom Ärztemangel. Und nachdem wir heute über die Arbeitgeber reden, was wird denn neben den baulichen Investitionen auch investiert, um die nötigen Spitalsärzte und das Personal dafür auch zu finden? Ich möchte mich zuallererst bedanken für die Einladung und darf wie im letzten Jahr betonen, dass wir als Unternehmen eine Sondersituation haben, wenn wir hier eingeladen sind. Wir sind ein Unternehmen, das keine unmittelbare Wertschöpfung hat, sondern davon lebt, dass die Feuerwerke Wirtschaft derart blüht. Und wir mit den Geldern, die wir durch diese Wirtschaft zur Verfügung gestellt bekommen, sehr sorgsam umgehen. Einmal ein Dank dafür, dass wir als Unternehmen wahrgenommen werden und hier dabei sein dürfen. Zum Zweiten, auf die Frage konkret eingeht, darf ich kurz referenzieren auf die Gastgeberfamilien Blum, weil in unserem Unternehmen immer wieder der Name Blum fällt, wenn es darum geht, junge Menschen zu begeistern, für unsere Branche und auch zu binden. Sei es Lehrlinge, wir haben nicht so viele Lehrlinge, aber wir haben sehr viele Pflegemitarbeiter, Junge, wie auch Turnusärzte. Und in diesem Zusammenhang versuchen wir auch, uns an der Privatwirtschaft zu orientieren und mit mitarbeiterorientierten Paketen die Mitarbeiter ins Land zu bekommen. Wir haben in den vergangenen Jahren umfassende Personalmaßnahmenpakete gestartet. gestartet, österreichweit Werbung betrieben, konnten sogar Ärzte aus Wien für Fahrerlberg begeistern. In der U-Bahn-Station beim AKH ist der große Schild Wanted. Und es war für uns ein großes Vergnügen, hier viele Mitarbeiter aus Wien auf Fahrerlberg zu bekommen, die dann auch gerne hierbleiben. Wobei, ich stelle es mir gar nicht so einfach vor, weil wenn man sich die Schweiz anschaut, die verdienen jetzt schon wieder ein Stück mehr, als sie sowieso schon verdienen, die Ärzte. Und auch in den anderen Bundesländern verdient man mittlerweile mindestens so viel wie in Vorarlberg. Und ich glaube, die deutschen Spitalsärzte verdienen auch nicht so schlecht. Und wir sitzen da genau in der Mitte. Wie schaffen Sie es, die Ärzte trotzdem zu halten? Also, ich muss hier ein kleines Plädoyer für die Ärzteschaft halten. Es wäre falsch zu glauben, dass die Ärzte nur ans Geld denken. Es gibt internationale Studien, die belegen, dass der Gehalt, übrigens bei vielen Mitarbeitern, auch in der Privatindustrie, dass der Gehalt an 10. oder 11. Stelle kommt. Wichtig sind die Rahmenbedingungen, das Gefühl, eine Perspektive zu haben, anerkennen und Wertschätzung zu haben. Das Betriebsklima? Das Betriebsklima. Und hier versuchen wir, diesen Soft-Fact zu arbeiten. Der Weg ist noch ein weiterer, ein harter Weg. Aber ich denke, dass wir einige Schritte schon hinter uns gebracht haben. Und somit, zumindest für den Moment, über eine sehr gute ärztliche Besetzung uns freuen dürfen. Sie haben gesagt, Sie möchten sich an den Rekrutierungsmaßnahmen der Wirtschaft orientieren. Wie kann man sich das vorstellen? Dass man die jungen Mitarbeiter... Spanien-Ärzte holt. Haben wir auch schon gemacht. Nicht nur Spanien. Also, die Schwäche Südeuropas ist für uns wieder ein Glück, weil wir hier sehr gute Fachkräfte bekommen haben, auch in Osteuropa, für unsere Unternehmen. In unserem Unternehmen sind 48 Nationen beschäftigt. Das ist sehr gut fürs Unternehmen, wie auch gut fürs Land. Eine gute Durchmischung. Viele Leute aus dem Ausland, die neue Perspektiven hereinbringen. Auf Ihre Frage konkret. Wir versuchen uns eben auch daran zu orientieren, wie das die Firma Blumau macht. Junge Leute zu begeistern, ihnen eine Ausbildung zu ermöglichen, ihnen eine Bindung ans Unternehmen zu geben. Und nach dem Pfarrerberger Grundsatz, man lernt News ganz kräftig. Ich kann nicht genug glauben. Es ist tatsächlich so. Nachdem ich eine persönliche Affinität zur Beschlägebranche auch noch habe, weiß ich das, was hier geleistet wird in diesem Unternehmen. Wir versuchen, die Leute zu binden, dass sie auch dann später im Unternehmen bleiben und gerade Medizin, auch Pflege. Das bedeutet lebenslanges Lernen. Diese Branche ändert sich unglaublich schnell, auch technologisch. Und wenn man hier nicht am Puls der Zeit bleibt, dann wäre man plötzlich Verlierer. Dann sage ich herzlichen Dank, gerechter Fleisch. Weiterhin alles Gute, viel Erfolg Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Landeskrankenhäusern. Alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.